Was schreit hier denn so? Unglaublich! Hier ist kein Spielplatz, verschwindet, aber schnell! Da ist dein Freund. Sheriff Connors? Das ist er. Den werde ich gleich mal anhauen. Von mir aus, tu, was du dich lassen kannst. Los, Dude, komm mit. Glaubst du, ich bin lebensmüde? Nein, nein, ich warte hier im Wagen. Hey, was soll denn das? Bist du verrückt geworden? Lass den Quatsch, ich bin anzugreifen. Umso eilig? Wir haben es nicht eilig, Sheriff. Verflucht heiß, nicht? Sehr heiß. Gib mal, dass du dich nicht verbrennst. Ich pass schon auf. Diesen Freitag habe ich was für Sie, Mr. Connors. Die Maschine ist wohl frisiert, damit hängt man alles ab, was? Ja. Motorräder und Polizeiautos. Eben alles, was die Straßen befüllt hat. Ein heißer Ofen. Und schön frisiert. Ich habe nur vor zwei Dingen auf der Welt Angst. Nur vor zwei Dingen? Wovor? Vor Frauen und Bullen. Vor Frauen und Bullen. Aber Sie versuchen krampfhaft beide aufs Kreuz zu gehen. Trotzdem wäre es gut, wenn Sie Ihren Motor hier im Bezirk ein bisschen drosseln würden. Wir haben es ja nicht eilig, Mr. Connors. Das möchte ich euch auch raten. Frauen und Bullen. Das war vielleicht ein Ding. Mir blieb fast der Atem weg. Das war vielleicht ein Ding.